Hi Leute und herzlich willkommen zu einem neuen YouTube-Video hier auf meinem Kanal. Ich weiß, in letzter Zeit kommen nicht so viele YouTube-Videos. Ich bin nicht so aktiv, aber ich denke, ihr versteht alle den Grund. Aber für heute gibt es nochmal ein She-In-Haul. Dieses Mal ist es ein bisschen kleineres Paket, weil ich glaube ich nicht so viele Jacken mit drin habe. Und ich habe tatsächlich nur eine Sache schon angeguckt, den Rest noch nicht, obwohl das Paket schon seit ein paar Tagen hier steht. Es kam dieses Mal auch richtig schnell an. Schreibt mal bitte in die Kommentare, wie lange bei euch She-In vom Versand her braucht. Weil das irgendwie komplett unterschiedlich ist. Bei mir war es eine Zeit lang vier Wochen. Mittlerweile sind es zwei Wochen ungefähr. Und ja, ich würde sagen, wir fangen direkt an. Ich zeige euch das Erste und zwar ist das eine Jacke. Also es ist eher so eine Frühlingsjacke. Aber ich hatte die tatsächlich schon zweimal jetzt in der Schule an. Klar, die ist jetzt keine Winterjacke, die warm hält, gerade weil sie baufrei ist. Aber gerade für den Frühling, der jetzt kommt, ist sie eigentlich echt cool. Die ist halt baufrei und dünn. Aber ich finde sie cool. Ich finde sie voll schön, weil die auch so nah anliegt. Also ja, ich liege es. Jetzt machen wir gerade mal weiter. Und zwar, ich habe, glaube ich, dieses Mal ziemlich unterschiedliche Sachen bestellt. Einmal eine Jeans. Oh, ich weiß gar nicht mehr. Die sieht cool aus. Die probiere ich direkt an und zeige sie euch. Ich habe jetzt die Hose zu zeigen. Ich habe noch die Jacke an, by the way. Ich finde, die sieht richtig cool aus. Die ist etwas locker, aber ich habe halt auch ein bisschen abgenommen. Aber ich finde die echt cool. Also ich werde die auch so anziehen. Klar, es ist jetzt ein bisschen kalt mit den Löchern, aber es wird ja gerade wärmer. Ziehe mal die Jacke aus. Also die Hose finde ich richtig cool. Die ist mal wieder ein... Wie heißt das? Ein Top, kein Flop, oh Gott. Dann habe ich hier so ein Happy Birthday Ding bestellt. Weil Moran hat im April Geburtstag und ich dachte mir, bestelle ich das doch gerade und zeige das im Haul. Da gibt es voll viel verschiedene. Ich habe das auch schon voll oft bestellt. Verschiedene, die sind auch echt gut alle. Gut, machen wir weiter. Ich liebe es immer, wenn entweder die Shein-Pakete so spät kommen, dass man alles vergessen hat. Oder halt, wenn man es so lange stehen lässt. Weil ich weiß tatsächlich bei richtig vielen Sachen nicht mehr, was drin ist. Oh. Das ist so ein Oberteil mit so Schmetterlingen. So eher basic, passt auch zur Hose. Ziehe ich direkt mal an. Oberteil, das sieht richtig schön aus. Das ist so, nicht Rollkragen, aber hat halt so einen ganz leichten Kragen. Das finde ich richtig geil. Es passt auch richtig gut zur Hose. By the way, Leute, ich habe mich heute das erste Mal geschminkt nach meinem Unfall. Ich bin zwar nicht so zufrieden, aber naja. Falls ihr mich verfolgen wollt, sei es wegen dem Unfall oder Arzttermin oder generell einfach verfolgen. Oder auch was ich so mache oder so, könnt ihr mir sehr gerne auf Instagram folgen. Da ist ich x.nika. Da nehme ich euch so gut. Das geht wirklich jeden Tag mit. Und ja, wollte ich nochmal gesagt haben. Dann machen wir weiter. Das ist so, wie es aussieht. Und noch ein Oberteil. Ich habe relativ viele Oberteile, glaube ich. Oh, das ist so mit so Pufferärmeln. Aber der Stoff von dem Oberteil ist normal. Ich weiß nicht, ob man es so anzieht oder so. Doch, ich glaube so. Ich zeige es euch. Getragen. Ich sollte auch... Ich sage immer, ich zeige es euch angezogen. Ich sage nie was anderes, aber ich zeige es euch jetzt auf jeden Fall. Das ist das Oberteil. Ich finde das richtig schön. Das hätte ich nicht gedacht. Also ich habe die jetzt hochgezogen. Also sieht es ein bisschen komisch aus. Ich feiere das richtig. Vor allem ist es für den Sommer halt auch voll gut, weil die Ärmel so dünn sind. Und vor allem ist es auch so etwas schicker. I love it. Dann machen wir weiter. Auf das habe ich mich am meisten gefreut. Ich habe mir das oder so ein ähnliches. Ich weiß gar nicht genau. Ich glaube aber dasselbe schon in blau beim letzten Haul bestellen. Ich fand es so geil, dass ich es mir noch in komplett pink einfach bestellt habe. Add right on. Das ist das Oberteil. Ich liebe es. Eigentlich mag ich so rosafarben nicht an mir, aber... Ich liebe dieses Oberteil. Also es gibt es auch in anderen Farben. Ich liebe es in blau schon mega, aber das ist noch cooler. Das ist auch so ein bisschen rollkragenmäßiger. Hat so einen dünnen Stoff. Voll angenehm. 10 von 10. Passt auch zur Hose. Hier ist jetzt schon die nächste Hose. Ich bin gespannt, was das für eine ist. Das ist glaube ich einfach so eine Basic-Hose mit so Löchern hier. Das zeige ich euch auch direkt angezogen. Aber ich würde sagen, ich zeige euch direkt auch das nächste Oberteil. Okay, ich bin mir jetzt nicht sicher, ob das ein Oberteil oder ein Kleid ist, aber ich werde es einmal kurz anschauen. Okay, das sind Zweiteiler. Ich muss jetzt hier erstmal ein Oberteil suchen, wenn es jetzt auch ein Zweiteiler ist, Leute. Nein. Das ist... Hä? Hä, ein weißer Rollkragen? Ich habe mir einen weißen Rollkragen bestellt. Ich weiß nicht, ob ich den für mich oder für meinen Bruder bestellt habe. Leute, ich suche kurz ein neues Oberteil und wartet kurz. Ich habe jetzt hier das Oberteil. Das ist mit dem Rollkragen, muss ich irgendwie nochmal schauen, ob ich das für mich oder für meinen Bruder. Das ist das Oberteil, das habe ich schon in braun. Jetzt weiß ich mir noch in schwarz geholt. Ich werde das und die Hose jetzt direkt anziehen. Das Oberteil sieht nice aus. Ich habe das ja auch schon in braun. Die Hose... So sieht sie schön aus. Aber, ich muss mal schauen, ob ich es euch zeigen kann. Die ist viel zu kurz. Ich glaube, ich habe die auch in XXS bestellt. Die ist an sich richtig schön, aber die ist mir halt viel zu kurz. Mal schauen, ob ich die vielleicht irgendwie an euch verkaufe oder so. Das mache ich übrigens manchmal in meiner Insta-Story auch. Weil die ist ja eigentlich voll schön, aber sie ist mir halt einfach zu kurz. Ähm, ja. Als nächstes zeige ich euch diesen Zweiteiler. Ich kann mich gar nicht mehr daran erinnern. Ah, ein Rock und ein Oberteil. Boah, ich glaube das... Okay, ich zeige es nicht angezogen. Das ist der Zweiteiler. Der sieht unheimlich cool aus. Jetzt zeige ich das auch noch einmal von hier oben. Also es ist halt auch voll geil zum, keine Ahnung, Feiern oder so oder Urlaub. Ich weiß noch nicht ganz, ob ich es hinten richtig zugemacht habe. Aber das ist auf jeden Fall rückenfrei. Ich finde es richtig cool. Die Farben geben auch so voll Sommer-Vibe, sage ich mal. Also ich finde es auf jeden Fall geil. Dann machen wir weiter mit... Was machen wir mit dem weiter? Ich glaube, das ist ein Sport-Outfit. So sieht es zumindest aus. Ja. Eine Hose. Und Leute, wenn die Hosen... Okay, wartet kurz. Jetzt, wenn diese Hosen so aussehen, dann machen die so einen geilen Hintern. Ich zeige es euch direkt angezogen. Das Outfit, das ist eine 10 von 10. Da ist kein Sport-BH dabei. Der Rücken ist so ein bisschen frei hier. Ich muss sie nicht aufstehen. Also es gibt übrigens voll viele so Outfits. Hier, by the way. Auch wenn ihr keinen S habt, in diesen Hosen habt ihr S. Ich sage nochmal, Social Media ist fake oder Klamotten sind fake. Aber so, ich finde es nicht schlimm, dass man das so zeigt, weil... So, hey, wenn man es kann, kann man es doch anziehen. So, ähm, das habe ich übrigens übelst Bock auf Fitness. Aber... Ich kann ja noch nicht ins Fitness. By the way, ich habe natürlich einen neuen Rabatt-Code für euch. Und zwar ist das hier mein Rabatt-Code. Damit kriegt ihr 15% Rabatt. Und der ist nicht so lange gültig, sondern nur, ich glaube, bis zum 13 oder 16 April. Ich schreibe es euch hier nochmal hin. Deswegen checkt es ab. Ähm, damit bekommt ihr, wie gesagt, mehr Rabatt als sonst. Und, ähm, das ist so ein Frühlings-Rabatt sozusagen. Deswegen checkt es ab. Die haben auch ganz viele neue Sachen bei Schillen. Und ja, machen wir direkt weiter. Ich glaube, da ist auch eine Jogginghose. Oh mein Gott, zwei Jogginghosen. Einmal eine weiße, einmal eine schwarze. Ich glaube, ich zeige jetzt nicht beide angezogen, sondern die weiße. Die weiße, können wir gerade mal checken, ob sie dann durchsichtig oder so ist. Also das ist die Hose. Die ist minimal durchsichtig. Ihr seht es auch an den Taschen. Aber an sich sieht sie cool aus. Ich denke, dass die schwarze besser ist. Man sieht schon, die ist etwas durchsichtig. Also ich meine, ich ziehe die eh zu Hause zum Schillen an. Aber war gerade gut, dass ich die ausprobiert habe. Wie gesagt, ein bisschen durchsichtig, aber jetzt nicht komplett. Machen wir mal weiter. Und zwar, hier sind wieder mehrere Sachen in verschiedenen Farben. Und zwar sind das... Ah, das sind, oh mein Gott, vier verschiedene Tops. First one ist das. Ich liebe das, wenn die so verschiedene Farben und aber auch verschiedene Muster haben. Was heißt zwei auf Englisch? Second? Keine Ahnung. Oh Gott. Also ich schätze mal, dass man das so anzieht. Das sieht auch unheimlich geil aus. Schillen hat so geile Sachen einfach. Dann so eins. Einfach so ein Rollkrank-Ding. Das habe ich auch schon mal von Schillen. Aber das hier hat so ein bisschen anderen... Ich weiß nicht, ob ich es sehe. So einen anderen Stoff. Und das Letzte... Ähm... Ja, also... Okay, das probiere ich jetzt anzuziehen und zeige es euch angezogen. Das ist euch leider beichten. Ich habe nicht rausgefunden, wie man es anzieht. Ich muss nochmal auf dem Bild schauen. Das war mir jetzt so verwirrend. Aber das hier ist eins für den anderen. Das finde ich eigentlich voll cool, weil das ist halt auch so auffällig. Aber irgendwie Basics. Wisst ihr, was ich meine? Okay, gucken wir mal weiter. Und zwar... Hier sind wieder mehrere Farben. Drei. Ich muss jetzt mal schätzen. Und zwar sind das... Kleider. Hä? Oh mein Gott. Okay, einmal schwarz. Einmal brown. Hä? Oh mein Gott. Das weiß ich. Und weiß. Und ich glaube, ich probiere das weiße an, weil wir wollen ja auch blickdicht. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Es hat unten so einen Schlip... Ich ziehe es an. Das ist ja meine Schierenholz. Sind es ehrlich. Es ist komplett durchsichtig. Aber es sitzt richtig gut. Ähm... Also das weiße werde ich nicht nochmal anziehen. Die anderen zwei haben ja andere Farben. Die sind nicht durchsichtig. Aber ich kann euch schon mal sagen, das weiße ist komplett durchsichtig. Ich ziehe direkt das nächste an. Das nächste Auffassung ist das so ein Jogginganzug. Ich würde sagen, die Hose ist genau gleich wie die andere vorher. Also auch ein bisschen durchsichtig, aber bequem. Das Oberteil finde ich eigentlich cool. Ist jetzt kein besonderer Jogginganzug. Aber ihr wisst ja, ich liebe Jogginganzüge. Ja, das mit dem weißen und dem durchsichtig, das stört mich bis zumal gut, dass bei den Kleidern mehrere dabei waren. Jetzt habe ich glaube ich noch zwei Sachen. Ich weiß nicht. Ich glaube, ich habe eben noch irgendwas für meinen Bruder bestellt. Aber wir werden es jetzt einfach mal anschauen. Okay, die ist glaube ich nicht für meinen Bruder. So. Hä? Warum kann ich mich nicht daran erinnern? Das ist so eine Hose mit so Schlag unten. Die sieht cool aus. Ich bin mal gespannt. Ich packe jetzt erstmal. Boah, ich kann es nicht sagen. Ich habe einfach vergessen, was ich bestellt habe. Doch, das ist so eine. Die habe ich für meinen Bruder bestellt. Ich hoffe, die ist nicht zu groß. Ich schiebe ich nur zum Geburtstag. Jetzt packe ich jetzt gleich wieder ein. Ich zeige euch die hier jetzt direkt angezogen. Also so sieht die Hose vom ersten Blick aus. Ich zeige sie euch mal. Oh, ich darf hier nicht rütteln. Die Löcher sind irgendwie unterschiedlich. Hier unten ist sie so. Also, wartet, ich mache mal die Kamera noch ein bisschen runter. Also an sich sitzt sie richtig gut. Die finde ich auch cool. Das eins ist mir das komischste, dass die Löcher halt unterschiedlich sind. Aber, ja. Das war es jetzt auch mit dem Shein Haul. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich muss sagen, es waren geile Sachen dabei. Vor allem so Sommer-Vibe-Sachen. I love it. Die letzten paar Sachen waren jetzt ein paar, die nicht so gut sind. Aber, mein Gott. Das waren... Die meisten waren geil. Und, ja. Ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. Die Links zu allen Klamotten findet ihr in der Beschreibung. Und, ja. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Ciao.